Wir waren jetzt gerade bei Starbucks und haben uns was zu trinken geholt. Und zwar ist es einfach ein Maracuja Himbeer Frappuccino. Das sieht so lecker aus. Und mein Name wurde sogar richtig geschrieben. Ich glaube, hier im Polen kennen die Leute meinen Namen. Richtig cool. Ich werde den jetzt mal testen. Ich bin echt gespannt. So, wir machen jetzt den Live-Taste-Test. Ich bin so gespannt, es sieht so lecker aus. Boah, schreckt es so lecker aus. Ein Fazit ist es definitiv eine 10 von 10, die ich liebste.